Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Ah, Maik, Maik, Maik. Tja. Ah, eigentlich müsste ich noch. Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk Daily Episode. Heute wieder mal was Spezielleres. Ich habe es heute Morgen schon angekündigt. Eine Special Daily zum Apple-Event. Und ich glaube, am letzten Mal haben wir es schon so gemacht. Oder irgendwann vor kurzem, irgendwo, vor längerem Mal. Der Maik ist auch da. Und wir werden ganz kurz die Neuigkeiten anstreifen. Hallo, Maik. Ja, genau. Das ist hallo, Martin. Ist ja nicht das erste Mal, dass wir das jetzt machen. Eigentlich, ja, ich glaube schon das dritte Mal, oder? Ich war nicht mehr sicher. Ich wollte nicht übertreiben. Aber wie du sagst, das dritte Mal. Ja, Apple hatte das Event heute Abend. Und die haben bam, bam, bam. Wir sind, glaube ich, ein bisschen gehypt. Vorher habe ich was von Schlafen gelesen. Ach nee, das war der Achim. Das war Achim. Ich glaube, jetzt ist er endgültig tief und fest eingeschlafen. Es scheint so, genau. Aber ich würde sagen, wir gehen ganz kurz, weil Daily ist kurz, Maik, durch die Themen durch. Wieso sagst du mir das so? Ich weiss ja, wie die Daily ist. Ich höre die doch jeden Tag. Ich weiss. Oh, wow. Das ist der eine Hörer. Genau. Genau. Aus Deutschland. In der Schweiz habe ich zwei. Apple hat die neue Apple Watch 8. Ich habe immer Apple Watch A-Serie verstanden, weil ich so nebenbei gehört habe und Blogpost geschrieben habe. Das heisst, Apple Watch 8 vorgestellt. Ja, genau. Das war ja nicht überraschend. Und dementsprechend überraschend, nicht überraschend waren ja auch die Features. Das hielt sich ja ein bisschen in Grenzen. Genau. Man muss so sagen, Apple hat so ein lustiges Muster gehabt. Wir haben beide beim iFunk schon von Anfang bemerkt, es kommt noch etwas Grosses hinter nach, weil es war das gleiche Muster wie bei den Watches. Zuerst haben wir das normale Modell gezeigt oder die normalen Modelle mit was drin ist, neuen Funktionen, dann das günstige und dann kam das Ultra. Aber da kommen wir nachher gleich dazu. Und für alle, die mehr möchten, die News-Episode Ende der Woche wird dann ein bisschen umfangreicher werden. Ja, man kann Menstruation besser verfolgen, Auto-Crash-Unfallgeschichten und Stösse und Wasser kann besser damit umgehen. Also die Watch nicht umgehen. Genau, und viele haben sich ja auch gewünscht, eine grösse Batterie, die ist nicht gekommen, aber dafür der Low-Power-Mode und somit auch eine längere Akku-Laufzeit. Genau. Dann sind die SC-Modelle gekommen, das ist eigentlich das gleiche wie die grösseren, einfach mit ein bisschen weniger neuen Funktionen, dafür günstiger. Ist das richtig? Oder habe ich was verpasst? Die ist wieder günstiger, aber die habe ich glaube ich nur so halb mitbekommen. Ja, es wurde nur so ein bisschen erwähnt, aber ja, es sind ein paar. Dollar-Euro günstiger, genau. Na dann. Und dann kam wieder mal dieser Moment, wo Apple immer wieder mal kommt, so wir haben in den letzten sieben Jahren was ganz irgendwo im Untergrund rumgeschraubt und gehammert und gemacht und jetzt ist es da und es ist geil und es ist eine Apple Watch Ultra. War ich schon bestellt? Ja, habe ich, aber nur um mir mehr Zeit zu geben, zu überlegen, weil die ist ja schon seit heute vorbestellbar. Genau. Und somit kann man da nicht diese bekannte Nacht drüber schlafen. Ja, Apple wusste, da müssen sie dem Mike jetzt die Nacht nicht geben, der muss sie jetzt bestellen, weil sonst gibt es sieben Monate Wartezeit. Ja, genau, das ist halt das Problem. Ja, eine geniale Uhr. An wen richtet sich die? Ja. Das hat einen wirklich so ein bisschen umgehauen und ja, es war ja schon in den Medien lange angekündigt, dass angeblich eine Pro war ja in den letzten Wochen immer so von der Rede und jetzt ist es Ultra geworden, aber die kann ja auch mega viel. Sie kann bis unter 20 Grad, das ist das Apple-Gerät, was am kühlsten noch funktioniert. Die iPhones schalten ja bei uns zumindest in der Schweiz bei zwei, drei Minusgrad oder fünf Minusgrad war das, glaube ich, damals schalten die ab. Das will bis unter 20 Grad Minus gehen, hat drei Mikrofone. Und bis 55 Grad Plus. Ah, das Plus habe ich gar nicht mitbekommen, das ist ja viel zu heiss. Aber auch nicht schlecht, also auch da schalten die iPhones schneller raus. Ja, definitiv, das kennen wir ja alles, wenn es im Auto liegt oder irgendwo in der Hitze, dann muss erst mal das iPhone abkühlen. Ich lege nie im Auto. Ach, das Telefon, ja, gut, genau. Bedienknopf, ein zusätzlicher ist dazu gekommen, ein Oranger. Und 36 Stunden Akku. Not bad. Ja, und was auch wirklich bemerkenswert war, auch für Taucher sehr gut geeignet. Es gibt sogar eine extra App zum Bedienen für den Taucher und man kann bis zu 40 Meter in die Tiefe gehen damit. Tim, jetzt hasst du mich, mein Pool, zweieinhalb Meter tief, ich brauche die. Ja, definitiv. Kann nichts mehr passieren dann. Und der Night Mode ist so geil. Mit der Krone und dann ist alles orange, rot. Also das ist schon nicht eine kleine Verbesserung, das ist wirklich eine neue Uhr schon fast. Das ist ganz was Neues, ja. Ja, also heute die Videos, die haben mich irgendwie umgehauen. Das war wieder mal wie ein bisschen früher bei Apple. Einfach groß. Und das war definitiv die Stelle, wo man dann wach wurde. Genau. Und dann kamen neue AirPods. Ich muss aber eins, eins möchte ich doch noch erwähnen bei den Apple Watches. Und zwar ist jetzt International Roaming möglich. Ich finde, das ist auf jeden Fall auch ein interessantes Feature und ich denke mal, es gibt mehreren Leuten noch einen Grund, jetzt doch zu der LTE-Variante zu greifen, damit man dann auch im Ausland die Watch endlich nutzen kann. Also mit LTE. Ich konnte in Paris nicht telefonieren über meine Worte. Ja, Mensch. Also brauchst du auch eine neue Uhr. Ich brauche auch eine Ultra, nur um in Paris zu telefonieren. Du kannst auch die normale Achter nehmen. Also brauchst du nicht die Ultra. Psst. Du magst dich erinnern an den Pool, Mike. Ach ja, stimmt. Okay. Genau. Wir müssen vorwärts machen. AirPods Pro 2. Neuer Prozessor. Viel mehr ANC. Und einen neuen, adaptiven Transpere-Mode. Wir sind gespannt. Und ein neuer Touch-Sensor für die Lautstärke. Damit man die Lautstärke leiser und lauter machen kann. Das kenne ich von anderen Herstellern. Da bin ich gespannt. Ich habe aktuell gerade von Huawei und von Oppo was im Test. Wenn die Stümmel zu kurz sind, ist das mit dem Touchen schwierig. Da bin ich gespannt, wie das Apple gelöst hat. Aber ja. Wie immer besser. Wie immer besser. Wahrscheinlich anders. Vielleicht, hoffentlich, ganz sicher auch besser. Genau. Und dann kam die neue iPhone-Serie. Auch da. Klein begonnen, Mike. Ja, es war wie bei der Apple Watch. Man konnte da mal kurz durchatmen und mal in Ruhe das Video angucken. Ja, kam das neue iPhone 14 und dann auch in der Plus-Variante. Zuerst eben die 14er. Dann haben sie erzählt, dass in den USA das E-SIM-Only. Ist das richtig? Only E-SIM? Ja, genau. So geil. Ein Traum wird wahr. Das möchte ich auch hier haben. Kanada auch. Nee, Kanada war Satellitengeschichte. Genau. Da kamen noch Notfall-Anrufe und Messages. Nee, Messages. War es Notfall-Messages? Notfall-Messages und die Wo-Ist-Funktion auch. Genau. Das finde ich spannend. Vor allem eben für Menschen, die auch gerne mal wandern gehen in Ortschaften. Also Deutschland zum Beispiel. Geht noch nicht, aber später mal dann. Aktuell USA und Kanada. Und du hast gesagt, zwei Jahre kostenlos. Ja, eben habe ich gesehen. Zwei Jahre kostenlos. Aber wie ich dir ja schon geschrieben habe, ist ja eher auch so, also für mich so eine Alpha-Funktion, also noch im Alpha-Stadium, ganz am Anfang. Man muss da so, kann das nicht so lockerflockig alles machen, sondern muss schon fast einen Satelliten, perfekten Satellitenempfang haben. Man muss ja auch sich richtig ausrichten. Genau. Man muss in Richtung Satellit blicken. Also das iPhone sagt dir dann auch, wo der ist. Ha, praktisch. Find my Satellit gibt es dann irgendwann. Genau. Nicht schlecht. Und dann kam eben das grosse Bam hinten nach. Endlich, endlich, endlich. Ich meine, ich habe mich immer schon gefragt, ich habe ja diverse Telefone mit Punch-Holes. Für Leute, die nicht wissen, was Punch-Holes sind, es gibt auch Double-Punch-Holes. Das sind quasi einfach ein Bohrer, der sich durch das Display gebohrt hat, weil man da eine Kamera drunter gemacht hat. Und das ist ein schwarzes Loch. Und Apple hat das Teil jetzt einfach mal sinnvoll gemacht. So geil. Also ich bin hyped. Ich wollte gerade sagen, also das war für mich das Highlight vom iPhone 14 Pro und Pro Max. Danach habe ich schon fast gar nicht mehr aufgepasst. Das war halt genial. Dass jetzt auch das per Software gesteuert wird, dass da irgendwelche Anzeigen drin sind. Genau, vielleicht ganz kurz erklären. Wenn ein Anruf kommt, wird die Punch-Hole vergrössert, links und rechts. Musik, dass jetzt in den Hintergrund geht, wird da visualisiert. Also einfach die Punch-Hole wird spielerisch versteckt. Genau. Kann man dem so sagen. Das war wirklich beeindruckend, wie die das gelöst haben, dieses komische Problemchen mit der Notch. Also ich komme hier ja richtig mit all eben den anderen Telefonen. Ich halte hier gerade ein ganz neues in den Händen. Sagt sich welcher Hersteller. Der hat so eine Punch-Hole. Die ist richtig dämlich jetzt. Langweilig. Einfach, genau, boring irgendwie. Ja, lass uns in der News-Folge noch ein bisschen genauer darüber sprechen. Oder hast du noch irgendetwas? Zu den iPhones nicht mehr. Was man noch erwähnen könnte, dass Apple Fitness Plus ab Herbst auch für alle iPhone-Nutzer möglich ist. Also ohne, dass man eine Apple Watch hat. Genau. Und ja, iOS 16, Release-Kandidate ist noch rausgekommen. Mal gucken, wann das veröffentlicht wird. WatchOS 9 soll wohl am Montag, den 12.09. erscheinen. Mhm. Ja. Wird spannend die nächste Zeit. Ich freue mich. Bestellt, aber wir haben nichts mitbekommen, wie das iPhone geladen wird. Ich habe gesagt, ich möchte jetzt mal endlich hier die Unterseite vom iPhone sehen. Aber das wurde nicht gezeigt. Aber ich glaube auch in dem Fall, das ist schon so ein Feature. Oder wie auch immer eine Neuerung. Da hätte man drüber gesprochen. Das kommt nicht so nebenbei, denke ich mal. Das kommt nicht im Nachhinein raus, glaube ich auch nicht. Apple geht bis zum bitteren Ende. Ja, haben wir ja schon in der News-Folge drüber gesprochen. Also das machen die bis zum bitteren Schluss. Also das können die uns vorher nicht. Ja. Mike, ich danke dir vielmals, dass du mit dabei warst. Sehr gerne. Dein absolutes Highlight dieser Keynote? Dieses Apple-Events, Special-Events? Ich habe da irgendwie kein Highlight. Das ist also das erste Mal jetzt so in letzter Zeit. Kann ich jetzt nicht sagen, wow, genau das ist es. Bei mir ist es definitiv die Punch-Hole. Ja, wenn überhaupt denn das. Ja, das stimmt. Weil andere sind noch dünnbrettbohr. Ach, die ganzen Witze. Jetzt bin ich mal ganz vorne mit dabei. Ne. Mike, vielen, vielen Dank. Und liebe Hörer, wie immer, wenn ihr Feedback habt, Rückmeldungen etc., lasst es uns wissen. Wir freuen uns drauf. Tschüss. Und tschüss. Gott. Oder hast du noch was, sorry? Ne, ne, ich darf ja nicht mehr reden. Gut, sorry, darfst schon. Hättest du noch was sagen wollen? Nein. Das hast du alles gesagt. Also mach mal Stopp. Ja. Hört mehr Geek Talk.